Hallo, lieber! DTRTRAGON AI wieder mit Niko Bidana Korn 2 und wir haben ja schön ich kann ja schon begonnen mit 2 Sachen Siegen Haushoch sogar auch wie lieber zu sagen, das Haushoch-Hohersieg und ähm, ja so wir fahren mal zum Rundkopf und aktivieren GPS weil ich jetzt nicht genau was wo es ist aber Schatz, ich bin noch nehm hier ja ich glaube euch gefällt das ist jetzt auch nicht mehr weg auf die Halt geht vor ähm ja da hat mir noch keiner geschrieben wer hier richtig nehmen soll oder so einen Wagen da machen wir noch ein Info-Video also ihr müsst halt wirklich schicken ein Foto oder so ja jetzt muss man mal vor und schick mal verdickelt wahrscheinlich die Halt die Halt die Halt Foto gesagt findle vom oder selten holl kommt im Aber da ist ein bisschen beschäftigt damit. Ich glaube, ich brauche so 50 Videos. Ich weiß jetzt noch ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht so genau. Aber... Ja. Das hätte los. Wir entfangen uns von allem, aber der eine kann nicht so... Wie eine Klette, wie eine Klette. Ja. Wie ein Brot spielen hier. Ja. Ich hoffe, ich schätze mal ein paar Autos. Also, wenn dann... Ich hoffe, ich würde einen genauen Wagen nachbauen können. Das ist aber ein spriches Stück. Ja. Ähm. Ich kann natürlich nicht, wenn wir jetzt im ersten Paränen sind. Im ersten Kunde. Zum nächsten CT zum Beispiel. Aber die CT uns ein Bild schicken. Das können wir erst später machen. Ist das klar. Ja. Also wirklich auch Wagen, die wir jetzt frei haben. Vielleicht auch in die Infovideos. Werde ich auch zu lange Zeit, die wir frei haben. Wenn wir jetzt alle Teile zeigen, die wir frei haben, dann hätte ich auch irgendwie... Richtige Bilder. Und schickt, die wir auch wirklich nachbauen würden. Die Wagen hat. Ähm. Ja. Und selbst schickt. Den Weg, wo er es hinschicken sollt, schickt wir ihn auch nicht. So. Sag ich euch. Mit Infovideos auch. Das heißt, wenn ihr aus ihrer Bank gucken wollt, müsst ihr die Infovideos gucken. Weil in dem Rennen, also wie ich das jetzt mache zum Beispiel hier, kann ich nicht, muss ja Rennen fahren. Und ja. Und ich wollte mal fragen, ob wir in den Infovideos nicht sprechen sollen, sondern... Obwohl ja nicht einsprechen. Da müsst ihr euch mal... Ihr bekommt gerade das Fragen, was ihr wollt. Und meine fangen an euch jetzt mal, ob ihr mal ab und zu ein paar Videos mal Musik von UKF einkriegen wollen. Weil wir haben auch alle... Also die UKF hier, die ich hab, alle online gestellt. Ihr müsst einfach UKF eingeben. Bei Youtube. Und ja. In der Wolke können wir erstmal machen. Dann machen wir es wahrscheinlich auch. Sehr wahrscheinlich. Ja. Ich freue mich schon auf eure Antworten. Und dass jemand es macht. Ja. Ähm. Und... Ja. Also... Es ist ein Infovideo nochmal. Das wird es gleich heute am... Wie ist es heute? Dann, das ist heute am 1. Mai. Vielleicht mal das Infovideo rausbringen. Kannst vielleicht gucken. Dann sagt euch den Link, wie gesagt. Ich sag mal weiter den Link an. Für... Ungefähr jeden... 25. Video werde ich den Link erwähnen. Falls wenn Leute... Spätern wieder gucken. Dass da... Dass sie den Link aufwissen. Ja. Und das ist ein Hausrohrsicht. Da wird jetzt ein... Wichu! Oh nein mein Dack. Nein! Wir haben da coolste Vorsprung hier haben. Seht ihr ja immer? Die unter uns. Der Loser. 10 Sekunden. Das ist schlecht. Ja. Und hiermit verabschiede ich mich. Von euch. Ich sag wieder Ciao. Und bis zunächst mal bei Mifos mit Anacroud 2. 2. 3.